Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt N670. Biegen Sie rechts ab, Kaummut, dann scharf rechts. Biegen Sie in den Kreisverkehr. Biegen Sie in den Kreisverkehr. Biegen Sie in den Kreisverkehr ... Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Nach 600 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt in 677. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Nach 600 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt in 677. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Nach 300 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt in 677, dann bleiben Sie rechts. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, dann bleiben Sie rechts. Nach 300 Metern bleiben Sie rechts, dann fahren Sie auf die Autobahn. Bleiben Sie rechts, dann fahren Sie auf die Autobahn. Folgen Sie rechts, dann fahren Sie rechts, dann fahren Sie rechts, dann fahren Sie rechts. Folgen Sie E42 A15 Richtung E42 für 6 km. So� und sehen Sie rechts! So�.